So Leute, wir sind hier vor so einem verlassenen, ne ist nicht verlassen, aber eben einen schönen Tunnel. Ja, hier sind ein paar richtig schöne Bemalungen, guckt euch das mal an. Das ist so ein Durchgangstunnel, würde ich sagen. Da kann man so ein bisschen durchlaufen. Hier sind echt ein paar richtig schöne Wandbemalungen. Gucken wir uns mal an, gehen hier einmal durch. Das könnte ich sein, ne? Das könnte ich sein. Ich weiß es aber nicht. Oder, ja ich glaube das hier könnte ich auch sein. Oder ist das der liebe Michael hier von der Lost Place Hunter Crew? Ich weiß es nicht. Leute, das ist auch ein schöner Tunnel hier. Sieht schon geil aus. Ach, ist das nicht Pipi Langstrumpf hier? Pipi Lotta Victualia oder so? Alter Schwede! Das ist ja mal der Hammer hier. Leute, guckt euch das an. Ja, da ist jetzt nicht mehr so interessant. Ach, guck mal hier. Hilfe, ich bin im Lost Place. Die Polizei steht vor der Tür. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Kommen Sie raus! Lass mich in Ruhe! Ja, hier ist jetzt nicht mehr so interessant. Das hier sieht noch ganz gut aus. Alter Schwede! Ja und ansonsten ist da vorne aber noch was, was man noch zeigen kann. Hier hat wohl mal ein Obdachloser übernachtet. Hier ist noch was Schönes. Ja Leute, ich hoffe euch hat es gefallen. Das war es. Der Rest ist jetzt tatsächlich nicht mehr so interessant. Ciao!